Ja, liebe Zuschauer, neben mir ist der Josef Sammüller und wir sind hier im Berghotel Sammüller. Und Josef, du hast was zu verkünden, oder? Genau. Ja, liebe Sammüller-Freunde, hallo, grüßt euch. Wir haben... Das Neueste aus der Region, präsentiert von Bögerl. Ihre Metzgerei im Herzen von Neumarkt. Wir haben einen Witz-Sasson geschrieben und ein Video dazu gemacht. Wir wollen einfach, dass die Bayerische Witzhaus-Kultur auflebt und natürlich ohne Witzhaus wäre es einfach nicht schön auf dieser Welt. Und ich zeige mal, liebe Zuschauer, wie das Ganze angefangen hat. Das kann man nämlich im Internet nachschauen, auf Insta, gell? Wir zeigen uns, man blende das mal kurz ein. Hallo, liebe Sammüller-Freunde! Wir haben einen Witzhaus, da kann man essen gehen. Alle leitet und jetzt ist so schön. Hey, wir haben einen Witzhaus nach Hause. Das ist so toll! Wie kam es zu dem Song, Titel da zu dem? Ach so. Ja, wir haben schon immer ein bisschen, seit Corona, immer ein bisschen Videos gemacht und so weiter. Und irgendwann kam uns die Idee, mensch mal, wir müssten vielleicht ein Werbevideo drehen für, vielleicht für uns und auch für die Bayerische Gastronomie. Und so ist das entstanden. Und jetzt sind Sie bestimmt schon gespannt, wie dieses Video sich anhört. Da warten wir noch ein bisschen, weil da braucht es ja noch einen zweiten Menschen dazu. Richtig? Wer hat denn da noch mitgewirkt? Genau. Wie ihr alle wisst, ich bin gerade nicht der beste Sänger, nicht der beste Musiker, aber trotzdem, wir haben alles gemacht. Dann haben wir natürlich, ich habe den Text geschrieben und dann haben wir einen Musiker gesucht, der dafür geeignet wäre. Und dann habe ich den Josef Schön kennengelernt und den habe ich mit dem Spock genommen. Und der hat natürlich das perfekt gemacht. Ich habe ihm da meine Texte gegeben und kurz darauf hat er schon ein Lied gehabt und das war dann mega. Ja, und das war der Wirtshaus-Song. Und der eine oder andere weiß vielleicht, dass ich auch noch eine Filmproduktionsfirma habe, 24p-Film. Und über drei Ecken und über die Ina kamen wir so zusammen. Genau, super, super. Und ich bin froh, dass wir zusammenkommen. Das ist so professionell und so schön gemacht. Wirklich, mit Herzen, muss ich ehrlich sagen. Vielen Dank, Josef. Und Ihnen, liebe Zuschauer, würde ich sagen, präsentieren wir jetzt dann dieses Video. Ja, wir sind alle voll dabei. Genau. Viel Spaß. Seid ihr bereit für das Wirtshaus? Ja! Wir haben ein Wirtshaus daheim, da kann man essen gehen. Alle Leute sagen, das ist so schön. Wir haben ein Wirtshaus daheim, das steht mitten am Norden. Alle Leute werden versorgt. Machst du ein Seminar, das wichtig ist? Dann bist du bei uns richtig gewiss. Machst du eine große Feuer, das ist nicht teuer. Du musst das machen. Du musst das machen. Dann bleiben wir's krachen. Wir haben ein Wirtshaus daheim, da kann man essen gehen. Alle Leute sagen, das ist so schön. Alle Leute sagen, das ist so schön. Wir haben ein Wirtshaus daheim, das ist so toll. Da kannst du nachher feiern und da fühlst du dich wohl. Dann kannst du nachher feiern und da kannst du nachher feiern und ein Seminar. Ein Meeting machen, das ist doch klar. Übernachten in der Supersuite, das ist das beste Essen. Das ist der Hit. Wir haben ein Wirtshaus daheim, da kann man essen gehen. Beim Sammeln er drohen, da ist es so schön. Wir haben ein Wirtshaus daheim, das steht mitten am Norden. Alle Leute werden versorgt. In Biggolzen sitzen und auf Neumach schauen. Du wirst das Merkertag, bist noch schlauer. Glücksgefühle kommen dir ins Herz. Du kommst das Glauben, das ist gochert. Ahoi wie Trinker und ein Schlitzel essen. Dann lau'n wir sie überhaupt nicht stressen. Zum Abschluss noch ein Schnappsal eben. Zeru Song und auf Wiedersehen. Wir haben ein Wirtshaus daheim. Wir haben ein Wirtshaus daheim. Wir haben ein Wirtshaus daheim. Na klar! Wir haben ein Wirtshaus daheim. Im Berghotel.